Oder geht es direkt weiter mit Vorlaut? Ähm, so, wo müssen wir denn hin? Ist das so ne Werkbank? Ne, ne? Oh, Kopf angestoßen. Schwach. Kommt er überhaupt rein? Hallo? Und, äh, Khalduk? Geht das? Naja, es geht nicht. Okay. Ich dachte, wir könnten da rein. Und uns was gönnen. Naja, wir sollen ja Billy abgeben. Nur wissen wir nicht genau wo. Äh, hat er das gesagt? Oder, ich guck gleich mal in die, in die Quest. Quest rein. Billy Boy, wie sieht's aus? Bring... Billy hat gar keine... Warte mal. Bring Billy nach Hause, oder? Okay, wo ist Billy zu Hause? Billy? Ich brauch hier nochmal irgendwie Information von dir. Hey, Billy. Hey. Wo wohnst du, Billy? Falsch, schlimm, na? Super. Haben wir das nicht irgendwo angezeigt, wo, wo dieser, wo dieser Juckel wohnt? Bring Billy nach Hause. Ah! Ah, gut. Da gehen wir mal direkt hin. Zum Glück haben wir da unten schon so viel erkundet und können uns hin teleportieren. Ich freu mich heute ultra auf den Stream. Ich weiß nicht, ob für euch auch Stream ist. Weiß nicht, was für ein Tag es jetzt ist, wenn das Video hier kommt. Ich nehm wieder ein bisschen in die Zukunft auf. Ihr wisst ja, jeden Dienstag und jeden Donnerstag und jeden Freitag sind Streams. Ähm, und, ja, ich hab, ähm, gestern reingeguckt mit Beryl in der, in der Twitch Arena und sehe auf einmal, dass wir, dass, dass Werbeeinnahmen drinstehen. Also in diesen, in dieser Übersicht. Einfach Werbeeinnahmen. Ich so, hä, was ist Werbeeinnahmen? Ich hab doch gar keine Werbung geschaltet. Und ich hab, also ne, ich bin jetzt Partner seit drei, drei Streams. Und dann ist mir eingefallen, Moment mal, Moment mal, Moment mal, jetzt kann ich ja endlich, so wie wir es früher mal gesagt haben, wenn ich pinkeln gehe, euch Pampers Werbung oder so anmachen, also halt einfach ne Werbung. Und das werd ich heute Abend das erste Mal dann machen. Ich hab den Knopf aufs Ding gelegt. Ich hoffe, ich krieg das gebacken. Also ich hoffe, das geht einfach so. Und, äh, dann bin ich gespannt, ob das geht und wie das geht. Man kann die, die Werbelänge aussuchen. Minimum 30 Sekunden, Maximum 180 Sekunden. Ich hab's auf 30 Sekunden gestellt, weil ich ja zum Pinkeln jetzt nicht so ultralang brauche. Wahrscheinlich sind 60 Sekunden dann doch besser. Ähm, und ja, dann habt ihr irgendwas zu sehen. Also bezüglich der, während ich dann eben auf dem Pott bin. Und dann kommt vielleicht irgendwas cooles. Ich hoffe, dass Gaming-Gram kommt. Wenn ich, ich glaube nicht, dass ich es irgendwie bestimmen kann, was kommt oder einstellen kann, was kommt. Pampers war immer so ein Scherz von uns, aber ich glaube, es, jetzt hat mal jemand Pampers bei mir gesehen, deswegen ist das so ein Running Gag. Nein, Gunner Corporal. Ey, die Wummel ist, äh, unser Hammer ist so krass. Wir brauchen eigentlich nicht mehr zu schießen, weißt? Ich praktisch, äh, rein technisch gesehen, braucht man nicht mehr zu schießen. In der Theorie ist das in Ordnung. Aber in der Praxis, ja gut, brauch ich nicht mehr zu schießen. Oh, 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 was haben wir denn hier? Wir müssen so viel Zeug aufmachen in letzter Zeit, das ist total langweilig. Wir brauchen niemanden, der uns das knackt. Ich hab keine Bock, was immer zu machen. Wir sind bei Folge, keine Ahnung, 120 oder sowas und ständig. Das wär's. Das wär's. Aber wir sind doch fast voll, bro. Jetzt wird's aber knapp, mein Sohn. Jetzt wird es knapp. Wir können noch rennen, aber jetzt gleich nicht mehr. Denn ich bin Billie Jeans. Was bleibt da? Aha. Ich... Aber... Uff! Uff! Fuh! Ha, 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 ha! What the fuck? Nein! Oh mein Gott! Scheiße! Die schmeißt mir Plasma-Granaten, sind die behindert? Okay, okay. Okay. Baba, 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 bam, bam, bam. Er hat nen Fat Man im Haus! Welcher, bist du behindert? Wenn der schießt zerstinciere Ton. Hahaha. Hahaha. Das hat Spaß. Mmh. Nee. Nee, nee, nee. Das ist nicht normal. Das... Okay, warte. Warte, 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 warte. ist der keller zeit durch gescheppert ist das da drüben jetzt jetzt ja boi ich springe direkt rückwärts runter wenn die schüsse gleich erledigt sind es ist noch was das kann nicht sein das geht nicht er kann doch nicht so bescheuert sein sich selbst weg juggeln jedes mal okay wartet wird man mann 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 das ist echt herr hier hat vielleicht nicht auf mich lagen okay er darf es so nicht schießen in der zeitlupe kommen nein hat schon durchgeladen und ich schieße alle schüsse daneben wunderbar scheiße ich hab den ladeding so kacke gesetzt ich habe ein problem ich muss ein stück zurückladen ja das war etwas dumm da zu speichern okay wir müssen zwei minuten zurück schade okay ich denke da sind wir direkt kurz vor dieser kirche das ist ja abnormal da drin das kann doch nicht wahr sein er kann doch nicht in den ding er steht doch auch jedes mal dabei ist ja die ultra kamikaze attacke die holen da von unten runter wir haben ja eine scharfschützengewehr die können einfach da oben runter ballern boah ja ja darauf freue ich mich jetzt irgendwie also es klingt zwar so geld nach einer geldgeilen sensation aber mir geht es wirklich darum einfach ich kann jetzt den knopf drücken das ist super das ist einfach noch mal so ein teil der der partnerung wo sind wir denn jetzt ah shit wisst ihr wo wir sind wir sind noch nicht mal teleportiert egal dann decken wir noch kurz den scheiß hier so da drüben sind noch zwei sachen das entdecke ich noch kurz und dann porte ich mich dann haben wir hier einfach okay ich porte mich mal direkt Billie Jean so jetzt haben wir hier diese fabrik in der in der mutanten sind die uns wahrscheinlich anschießen wir sind wir gerade überhaupt zu dieser blöden kirche gekommen keine ahnung oh man oh man er hat einen raketenwerfer und einen fat man den schieße ich mit dem fat man von da oben runter leute das ist die idee ich wusste es ihr habt mir das gerade habt ihr mir das während ihr das video schaut rüber gebeamt ich habe in die zukunft ge-ge-dingst Achtung warte kurz 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 Super-Mutant, was für ein Super-Mutant. Wo ist denn... Na, da vorne. Gunner Boy, wo steckst du denn drin, mein Sohn? Lass mich dich da mal rausholen. So. Also alles nochmal von vorne. Kommt uns hier irgendwas hinterher? Nee, ne, weil da hinten sind auch Mutanten, aber... Mit denen will ich jetzt erstmal nichts zu tun haben. Ich will hier an die... Oh Gott, da oben steht er schon. Er hat uns noch nicht mal gesehen. Obwohl wir direkt unter ihm gerade sein Maid umgebracht haben. Ja, das Dumme ist jetzt gerade, dass ich... Kann ich auf irgendeinem Gebäude, das ähnlich hoch ist? Das kann ich da drüben... Also ich meine, ich kann auch von hier hin schießen. Das geht auf jeden Fall. Steht der... Wo steht denn der? Wir schießen mal ein bisschen auf ihn drauf. Wir gucken, ob er sich irgendwie gescheit hinstellt. Oh, optimal wäre es ja, wenn wir da oben drauf könnten, ne? Der geht jetzt bestimmt auch so einen kleinen Weg nach oben. Also so ein Fahrstuhl. Ja, chill doch mal. Gott. Lauf! Die haben Echtwaffen. Durchstundet gelogen. Oh, mit der Schrotflinte. Geniale Idee. Wirklich eine genitale Idee. Hier ist scheinbar nicht der Aufgang. Doch, da ist er. Also ein Aufgang ist hier. Okay, da ist keiner. Scheiße, war das eben schon der richtige Eingang? Ah, da vorne kommt man rein. Die sind aber über uns. Ist das da vorne ein Laservisier? Oder ist das eine Falle? Fallen zwei Stück. Glasfaser. Am Tag sind die bestimmt ein bisschen kotiger zu sehen. Oh, Stolperdart kann ja auch noch hier sein. Wissen Sie, die wiegen einen in Sicherheit. Was? Ein Raketenmeerwärter auf uns geschossen. Alter Verwalter. Das ist grob. Schade, das führt hier gar nicht hoch. Also nicht da, wo ich hinwollte. Das wäre nur ein Meter. Alter. Was? Wir wollen uns umbringen. Hier. So, die müssen wir erst mal... Alle plattmachern, oh die Jungs. Die werden jetzt alle kriegt, werde die. Hier, nein. Bah! Und sagen, oh, 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 oh. Wir sind irgendwas down. Kurzen Vertical auf den. Ach du Kacke. Ähm. Gut, die schmeißen die Granaten da oben rum. Au. Hier ist eine Granate für dich. Wir sind eh gerade so fett und haben so viel Scheiß dabei. Bitteschön. Voll gesprengt, der Kerl. Jawohl. Okay. Und hier geht es irgendwie ganz schön ab. Ich versuche mich ein bisschen anders zu positionieren, aber stehe hier glaube ich nicht gut. Ich stehe direkt unter der Kirche. Hier ist... Das ist ein riesiges Gunner-Nest. Guck mal, guck mal unten aufs Radar. Alles ist rot. Oh, hallo. So. Gut, dann machen wir das halt. Was war denn das? Hallo. Was ist denn da hinter mir? Was ist denn da... Was geht denn da hinter mir ab? Au. Au. Clint steht da oben. Ballert mich an. Wie viel sind denn das mit Namen? Wie viele namentliche Leute werden denn... Was ist passiert denn hier oben? Okay, Leute. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Alter, was schießt denn hier? Oh. Okay. Ich muss auf jeden Fall runter. Wir sind hier oben viel zu offen für die... Für den Atombomben-Jugging. Powerfaust aufgehoben. Das war nicht... Hallo. Bitte schön. Boah. Fuck. Okay, wartet. Oh Gott. Ich muss die Powerfaust weglegen. Dann sind wir gleich voll. Die ist eh kacke. Wir müssen auf jeden Fall... Fuck. Voller, voller, voller sein. Für die nächste Rakete, die gleich kommt. So, okay. Wenn wir die einfach Stück für Stück ausschalten und dann vor allem so speichern, dass wir auch die Schritte zurückgehen können, weil so ein... so ein, ähm, automatischer oder Schnellspeicher, äh, Stand überschreibt sich. Oh, der tötet mich doch, Bitch. Geh die da um, Bitch. Was ist das? Ah, das ist ein Gauss-Gewehr. Womit er da schießt. 100 Pro ist das ein Gauss-Gewehr. Oh, die sind so krass, die Dinge. Hier ist es so übel voll mit den Boysen Girls. Aber die klatschen wir alle gemütlich weg. Vor allem war da ganz, ganz viel Plasma-Money. Und vielleicht auch noch die ein oder andere geile Plasma-Wumme am Start. Was können wir hier machen? Komm schon, hier kommt vielleicht irgendwas... Was für ein Terminal? Von wem? Äh, Hollis. Aufbau der Verteidigung. Anscheinend sind wir gerade noch rechtzeitig eingetroffen. Als wir in die Stadt kamen, schalteten wir sofort eine Gunner-Gruppe aus. Ungefähr ein Drittel haben wir erledigt, aber mindestens ein Dutzend ist weggelaufen. Bürgermeister Jackson war fast in Tränen aufgelöst, als wir erschienen. Und ließ uns sogar sein eigenes Haus als Kaserne benutzen. Ich muss sagen, dass es schön ist, wenn man die Minutemen zur Abwechslung mal wieder wie in alten Zeiten willkommen heißt. Preston hat ihnen geholfen, bessere Mauern zu errichten und die Arbeit des Mechanikers der Stadt war von unschützbarem Wert. Er hat sogar ein paar Power-Rüstungen. Wenn sie zum Laufen bringen... Okay, Power-Rüstungen. Davon haben wir aber 8 Kilo am Start. Haben nicht anderen genug Leute, um die Stadt zu verhalten, wenn die Gunner in großer Zahl zurückkehren. Das kann ich aber niemandem sagen. Ich habe eine Nachricht rausgeschickt, um Verstärkung von anderen Minutemen zu erhalten. Ich hoffe, dass wenigstens Kornel mal Mary... Ist es dieses Massaker bei Quincy? Sind wir hier in Quincy? Ist es Quincy? Statusbericht. Wir haben die Mauern ziemlich gut in Form gebracht und die Treppe an der Plattform der Einschienenbahn versiegelt. Sturgis soll ein paar Stege errichten, die aber die über die Dächer führen. Denn wenn sie es schaffen, die Mauern zu durchbrechen, können wir uns für einen Gegengriff hierher zurückziehen. Die Gunner greifen jetzt fast täglich an. Wir haben aber wahrscheinlich genügend Lebensmittel und Vorräte, um das auszusitzen. Leider war das Ergebnis meiner Bitte um Verstärkung enttäuschend. Niemand ist gekommen. Oh Schiesel, verraten. Heute gab es eine schreckliche Wendung der Ereignisse. Einer von uns, ein Veteran namens Clint mit 10 Jahren Kampferfahrung, tauchte am Tor auf. Zuerst dachte ich, er wollte uns mitteilen, dass Verstärkung unterwegs wäre. Aber wie sich herausstellte, hatte der Mistkerl die Seiten gewechselt. Anscheinend ist er der Anführer dieser Gunner-Gruppe, die uns belagert. Er besaß sogar die Dreistigkeit zu versuchen, den Bürgermeister und mich zum Aufgeben zu überzeugen. Ich habe ihn dann höflich davon in Kenntnis gesetzt, dass das unter keinen Umständen geschehen würde. Und ihm gesagt, was ich mit seinem Verräter-Arsch mache, falls er sich nochmal blicken lässt. Wenn jemand mit seiner Erfahrung die Gunner anführt, sollte lieber auf alles vorbereitet sein. Wenn jemand mit seiner Erfahrung erkäme. Ja, das ist dieser Clint-Boy. Was ist, Mr. Kleto, was du da oben steht? Oh, jawohl, jawohl. Kann ich mich jetzt kurz hinlegen? Nee. Also wir müssen jetzt nochmal einmalig unsere Ding loswerden. Das ist zwar nicht arg, aber ich wollte es jetzt einfach doch nochmal machen. Also die haben, soweit ich weiß, keine... Die haben keine Dinglaufen. Oh! Gerade nochmal nach vorne gelaufen. Wir haben noch nicht genug Longarm geskillt. Nein, 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 wir müssen fast tot alles. La, 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 la. Und? Ja. Ich gehe hier einfach mal hoch. Gucke, was man mit dem Sack da oben machen kann. Die schmeißen alles noch mit ihren... Mit ihren Besch... Oh Gott. Tessa. Okay, Leute. We are fucking fucked in the ass. Öh, die ist runtergefallen. Haha, Tessa. Okay, warte mal, wenn ich weit weg gehe. Okay, warte... Nein! Fuck! Auch nicht schlecht. Fuck, ich wollte eigentlich immer auf dem Dach entlang rennen, mich umdrehen und denen dann mit der Ding geben. Mit dem Fatman. Dir gebe ich jetzt erstmal, du Drecksack. Wie viel Fatman-Schuss haben wir? Bestimmt genug, oder? Ah, 30. Kann man schon mal machen. Oh Gott, ich schieße daneben, das stimmt. Er ist einfach nur mutiert! Sonst macht es dem Lümmel nichts aus. Okay, gut. Das ist echt ein Ultra-Fight-Handler. Wo ist eigentlich Strong? Hier. Au. Ach du Kacke. Was macht ein Strong? Wo ist Strong? Chillt Strong rum, oder was? Ach, wahrscheinlich liegt er irgendwo und heult. Die haben mir weh gemacht. Total Aua und so. Strong. Du bist gar nicht so strong wie der Ausreiter-Strong. Hier. Da. Und du. Hier. Da. Du nochmal hier. Ist das jetzt der Legendäre? Kannst du wirst? Hast du geklappt? Nicht wirklich, ne? Ähm. Oh Gott, wir haben ihn gefilzt. Schnell, 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 schnell. Live, 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 live. Wir haben ihn echt genutzt. Okay, wir sind jetzt überladen. Das ist ein bisschen blöd. Das ist etwas arg blöd. Ähm. Gar kein Problem, gar kein Problem. Wir legen folgendes weg. Das ist ein Elf. Ähm. Das ist jetzt schwierig. Das Zeug lege ich schon mal. Wie viel fehlt? Okay, neun. Das ist jetzt irgendwie da, Marsch. Habe ich hier noch irgendwas? Das Gauss-Gewehr ist halt auch Bulle schwer. Aber wisst ihr was? Egal. Okay. Warte mal, wenn die Tessa da eh stuckt, haben wir hier was Kleines für sie. Die stuckt nicht mehr, die stuckt nicht mehr. Ich interessiert sie einfach fast gar nicht. Habt ihr das gesehen? Oh, fuck. Oh, ja. Ich bin das Feuerwerk. Da ist sie weg. Okay, vielleicht habe ich sie eben nicht richtig getroffen. Gerade eben hat sie es echt weggehauen. Es steht einfach direkt jemand hinten dran. Hier, bitteschön. Oh, wir haben all die... Achso, ja. Wir verlaufen unsere AP ja, weil wir ja zu schwer sind. Alles cool. Alles cool. So, du, da drüben. Es gibt einfach ein paar Headshots für mich. Ja, Level up! Wow! Aber trotzdem haben wir jetzt nicht wirklich viel dazu gewonnen. Ja, außer ich würde jetzt wirklich einfach in Dings gehen. Mit dem einen Punkt, den wir haben, in Stärke. Dann könnten wir wieder genug tragen. Leider habe ich den breiten Rücken schon... Ne, aber darauf habe ich keinen Bock. Dieses 50% weniger Aktionspunkte, das bringt uns nichts. Wir laufen ja eh nur ganz selten, wenn wir überladen sind. Meistens porten wir uns nach Hause. Das könnten wir natürlich auch mal, dass wir uns jetzt einfach porten. Es fuchst mich ein bisschen, dass ich nichts ablegen kann. Weil jetzt... Habe ich jetzt schon geguckt, was die hatte? Strong labert wieder. Sehr schön. Ach, du kacke, Clint! It's your boy! Big Rick, Dick Rick, Dick Dick, Big... Achtung, wir wollen unsere Ultrabumme. Nein, 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 nein. Okay, kurz... Äh, nee, nee, nicht nachladen. Okay. Und weiter geht's. Warte kurz, ich sehe nicht mehr. Du kacke. Ich sehe nicht, fuck! Ich stack, ich hänge hier irgendwo. Er ist umgefallen. Sag bloß, das war Strong. Strong, du erzählst doch gerade Märchen. Jetzt kommt er angefürzt. Nach 300 Jahren der Belagerung. Kommt er angeschissen. Aber übrigens... Jetzt will ich ihn aber looten. Jetzt ist der Sau so dumm hier in das Loch gefallen. Er liegt ganz da unten. Okay, wartet. Erstmal richtig speichern, dass wir laden können. Erstmal beenden. Boah, das war echt der größte Fight. Den von meinem Leben, den ich jemals gefangenen Leben von mir hatte. Okay, Achtung, wir brauchen kurz live, um auf die Laternen zu kommen. Ich meine... Oh, scheiße. Hallo. So. Ja, 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 ja. Kronkorken. Fusionszelle. Und sonst nichts. Minuteman-Outfit. Am Arsch. Das steht dir nicht zu. Okay. So. Verkackter Clint. Ob wir uns jetzt teleportieren können? Wahrscheinlich nicht. Die sind zu nah, ne? Dann würde ich doch jetzt ganz kurz mal ablegen. Das ist... Ja! Das ist zu nervig. Mit dem vollen Magen. Okay. Also die Gaustwummel ist schon ziemlich dick. Die ist wirklich sehr dick. Und es passt. Die macht 50% mehr Damage, soweit ich es in Erinnerung hatte, auf Mutanten. Und wir haben noch diese Mutantenhochburg, die wir fisten müssen. Von daher passt es ja eigentlich nach Adam Riese. übernommen. So. Oh Gott, sind wir gefüllt. Ich packe hier mal die Mods rein. Und vor allem den ganzen Scheiß. Ja, ja, ja. Ist mir egal, was du für Geräusche machst. Millie tut weg damit. Minuteman-Outfit weg damit. Polizistenbrille weg damit. Die ganzen... Die ganzen Torso-Geschichten. Die mache ich hier rein. So. Oh ja, die Dinger waren schwer. Und schon können wir wieder laufen. Aber wir haben noch ein bisschen was am Start, das wir weglegen können, oder? Oder doch nicht? Ah ja, die Waffe. Hm. Haben wir jetzt eigentlich irgendeine... Wir haben die Gamma-Patrone dabei, die wir aber eher selten nutzen. Die ist aber auch schön leicht im Vergleich zu der Ultra... zu dem Hardcore-Gaust-Gewehr. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Super-Mutanten. Gut. Dann lassen wir die jetzt dabei und legen die Gamma weg. Eine Laserpistole haben wir. Ja, okay. Bist du sicher, dass es hier lang geht? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Schlagregen weg damit. Sagt mir nichts, Leute. Dass ich irgendwelche Schottregen... Dinge hab. 330, aber nur 30 mitnehmen zu können, ist mir echt zu wenig. Okay, wisst du ja was? Hm. Ich leg jetzt den Fat Man weg. Den fetten Mann lege ich weg. Habe halt dafür das andere Ding. Und nenne es nach oben in... Ähm... Hallo! Was für Drecksäcke? Ach, Raider-Drecksäcke. So, umbenennen. Was hat das EC2? Mausgaus. So, Mausgaus. Wunderschön. So kann man das... Ach, halt, vielleicht können die noch bedazzeln. Ja, ma, 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 wir halt deine Guschen. Standardlauf. Lächerlich! Standardkolben. Lächer. Mh, Leute von heute. Jetzt fahren wir aber... Gehen wir aber steil hier. Lecker Schmecker. Aha. Verringert die Reichweite minimal. Macht halt ein bisschen mehr Gewicht drauf, was wir nicht wollen. Dieser Highway ist total zerstört. Billy, was für ein Highway, du... Du, Billy. Was laberst du überhaupt, Billy Boy? Willst du mal den sehen in deinem Gesicht? Okay, Billy. Schnell speichern, es aktiviert. Lass nicht zu, dass ich mir weh tue. Oh, wie soll er auf ihn schießen? Alter, die... Die schießen auf den armen Bulli. Voll gemein, Alter. Hm, hm, hm. Gut. Und jetzt... Ähm... Dann haben wir die noch nach. Und die hier auch noch. Ne, da ist genug. Und dann können wir wieder nach da unten gehen und den Billy noch abgeben. So wie wir es eigentlich vor hatten. Warum wohnt denn der da? Ach, sag bloß, der wohnt auch genau dort. Bei den Raidern. Werde ich denn... Wahrscheinlich komme ich jetzt zu ihm hin, wenn ich ihn verkaufen will. Und er greift mich an, weil er... Weil er ein Ganner ist. Und behinnert dadurch halt. Hm. Naja. Ist ja alles halb so schlimm. Oh! Boah, ich bin heute auch recht gespannt, wie das... Wie das Wingman-Teil laufen wird. Ich hab mit Beryl einige Wingman-Folgen aufgenommen, weil sich viele immer wünschen, dass wir... Oder dass jetzt speziell ich eben öfter ungeschnittene Matchmaking-Videos hochladen. Einfach, damit man diese Spannung voll spürt. Aber Matchmaking ist einfach so grauenhaft lang. Und wenn ich es mache, dann halt sagen... Dann sagt ein Großteil eh, das ist so... Das ist so viel lang. Das will ich nicht. Und Beryl und ich dachten uns, hey, Wingman, das ist wie Matchmaking. Noch intensiver, weil es halt nur zu zweit ist, nicht mit irgendwelchen anderen Vögeln noch. Und ähm... Hey, das sieht aus wie meine Heimatstadt. Ja, Quincy, okay. Das ist ein Massaker bei Quincy gewesen, wovon auch die... Das ist Quincy. Ja. Ich hab den gefunden, den Quincy extra für dich. Komm jetzt mal. Die wollen uns umbringen. Die wollen uns nicht umbringen. Wer schießt denn da gerade auf wen? Das klingt so, als ob es dann hier mehrere weit beteiligt wären. Command. Hm. Okay, ich hab jetzt gerade nicht aufge... Drei Schleifte. Ah, leck mich doch am... Am Zickellieb. Granit. Hm. Ah. Wasting. Shit. Oha. Ich glaube, das ist ein Rescending. Das wär's. Ah, sehr gut. Was ist safe? Wo ist hier ein Zickel? Ah, ja, dort. Oh. Sehr schön. Viel Zeug drin. Und einiges an Schotter. Ich geh jetzt einfach mit der Pistole durch. Versperrt. Die haben die Tür einfach zugemacht. Ha. Jetzt frischste. Jetzt frischste. Das macht so richtig Ultraschaden. Wo bist denn du jetzt bitte schon wieder, Strong? Vor allem höre ich ihn direkt... Direkt vor mir labern. Haben wir eigentlich jetzt wirklich jeden... Haben wir jetzt echt jeden Genatz, der hier war? Bin ich ja fast schon ein bisschen traurig. Nee, 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 nee. Oh, da ist noch jemand. Aber erst räume ich das hier aus. Danke. Die haben ja echt alles zugemacht. Ich jump mal hier runter und mach da schon mal auf, dass ich das nächste Mal auch von da reinkomme. Und dann holen wir uns den Sack mal, der da unten wohnt. Mama Murphy? Ich kann gar nicht glauben, dass Bürgermeister Jackson wirklich versucht, die Minute Men basierend auf Mama Murphys wahnsinnigen Drogenhalluzinationen hierher zu holen. Marcy wollte ihm erklären, dass sie nichts weiter als eine alte Verrückte ist und wir ihr keine Camps mehr verkaufen. Aber sie konnte sogar Sturgis überzeugen. Jetzt müssen wir eine Gruppe Schnorrer mit Lasermusketen unterbringen und verpflegen, ohne was dafür zu bekommen. Kyle ist schon ganz aufgeregt und ich werde ihm erstmal stecken müssen, dass die Minute Men überhaupt nicht den Geschichten entsprechen, die er über sie gehört hat. Voll die Background-Stories, das habe ich noch nie gesehen hier. Sie hatte recht, unglaublich, sie hatten wirklich recht. Sloan und Irma waren gerade mit der Reparatur der Mauern beschäftigt, als sie sie beim alten Lagerhaus haben herumschleichen sehen. Wir versuchten sie zu verscheuchen, aber sie stießen über die Treppe der Einschienenbahn vor. Als es dann gerade sah aus, als würden sie durchbrechen, sind doch wirklich die Minute Men aufgetaucht und haben die vertrieben. Sie werden von einem gewissen Colonel Hollis angeführt und Kyle ist der Ehrfurcht absolut ergriffen. Er sagt, er will sich ihnen anschließen, wenn er älter ist und läuft ihnen die ganze Zeit wie ein kleines Hündchen nach. Kyle ist verletzt. Es ist nicht zu glauben, keine der Verstärkungen, die Colonel Hollis versprochen hatte, ist aufgetaucht. Die Gunner versuchen jetzt täglich neue Möglichkeiten zu finden, durch die Mauern zu brechen. Und was noch schlimmer ist, während Kyle dem Minutemen-Patrouillern hinterher lief, hat er eine Kugel ins Bein bekommen. Der Knochen wurde nur angekratzt, aber er wird Probleme mit dem Gen haben. Wenn wir das hier überhaupt irgendwie überstehen. Das läuft. Da läuft was. Da ist irgendwas im Busch. Zuerst dachten wir, ein weiterer Minutemen wäre gekommen. Da es schien, als hätte Colonel Hollis ihn erkannt. Die beiden unterhielten sich dann mit dem Bürgermeister Jackson. Keine zehn Minuten später ging der Mann und Colonel Hollis folgte ihm bis zur Mauer, wobei er ihm die ganze Zeit zuberüllte, was er mit Deserteuren machen würde. War das jetzt ein Minutemen oder nicht? Okay, das ist halt nochmal die Story aus einem anderen Gesichtspunkt. Aber wo ist der was zum... Bist du hier drin? Aha. Ey, wie sie... Oh, ich hab den Eimer mitgenommen. Und den Mob. Naja, warum auch nicht. Wie sie einfach überall versteckt sind. Die Saves. Hey, Kollege. Wo bist du denn? Wo ist denn der? Hallo. Bum, 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 bum. Polizei, Revier Quincy. Voll daneben geschossen. Nice. Wie er immer so draufklopft. Komm raus. Er chillt an der Tür. Wow, die ist heiß geworden. Kann das sein? Hört ihr das? Ist das Ding gerade überladen oder was? Ah jo. Ich glaub, das Ding war im Überladen. Und hier ist noch ein Teil. Polizeiterminal. Die Skorpione. Das ist total sinnlos. Wir sind runter vom Parkplatz und haben ein paar der Skorpione getötet. Aber heute sind das schon wieder genauso viele wie gestern. Wir töten sie. Sie kommen zurück. Wenn wir sie in Ruhe lassen, lassen sie uns auch in Ruhe. Aber Clint will, dass wir sie von dort vertreiben. Der Clint. Baker. Habe am Parkplatz ein paar Sprengsätze platziert, damit ich mal Pause machen und ins Lager gehen kann. Die Powerrüstung, die wir in der Kirche gefunden haben, hat ordentlich was von den Skorpionen abbekommen. Also hat Baker mir geholfen, sie ein wenig auszubessern. Ich wollte ihm schon sagen, was ich für ihn empfinde, aber dann kam der Trupp, den wir den Siedlern hinterher geschickt hatten, zurück. Danach war die Stimmung irgendwie nicht mehr passend. So, so, Liebesgeschichten. Diese verdammte Clint. Ich glaub's verdammt nochmal nicht. Dieses Arschloch Clint hat die Minute-Mann mit den Siedlern entkommen lassen. Er sagt, sie seien ihm durchs Netz gegangen, aber woher wissen wir, dass er nicht eine Seite gegen die andere ausspielt? Oh, Schizzle. Er hat einst die Minute-Mann hintergangen, wie können wir da sicher sein, dass er jetzt nicht uns ein besseres Deal hinterher... Okay, Schizzle. Das ist ein Doppel-Hardcore-Deserteurspion. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Captain Waze diesem Arschloch das Kommando gegeben hat. Captain Waze. Was soll ich mal ein Band abspielen? Schau, Tessa. Die Befehle kommen... Moment, Moment, Moment. Ähm, Bakers-Holoband. Wir holen's mal raus. Und dann können wir's uns jetzt beim Laufen anhören. Bakers-Holoband. Diverses. Da haben wir's ja. Und los geht's. Frau Tessa, die Befehle kommen direkt von Captain Waze. Clint hat hier das Sagen und so ist es nun einmal. Wenn du hier weiter große Reden schwingst, wird er an dir ein Exempel statuieren, um zu zeigen, dass er noch immer der Boss hier ist. Warum meinst du, dass er gerade dir aufgetragen hat, dich um die Skorpione unten im Super-Duper-Markt zu kümmern? Vielleicht bist du damals bei den Raidern mit so einem Mist durchgekommen. Aber bei Gallern zählt die Befehlskette. Außerdem hätten wir ohne ihn Quincy nicht einnehmen können. Und dann hättest du diese tolle Power-Rüstung nicht. Also reiß dich zusammen, Baker Ende. Reiß dich zusammen. Das soll doch rollen. Nicht fallen. Scheißdreck da. Was ist jetzt hier hinten? Ah, da steht dieser Bock rum, der den Kind... Mann, diese Häuser sind ja total hinüber. Ja, Mann, voll krass, oder? Übermäßig, total cool. Aber da hinten scheint etwas zu sein, mein kleiner Billy. Lass mal geschwind da hingehen. Oder wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Ciao, ciao.